Hallo und herzlich Willkommen zu einer gemütlichen Runde Outlaws of the Old West. So, wir machen Einzelspieler. Ja, was habe ich zwischen dem letzten Mal getan und heute? Ich habe den Charakter gelöscht. Wir haben gesagt, ein Neubeginn. Wir machen einen Neubeginn. So soll es sein. Aber jetzt hängt das Spiel. Sehr gut. So werden wir dann auch reiten. Wobei, den weißen Hut will ich bitte nicht haben. Da hätte ich gerne einen anderen. Schauen wir mal. So. Ja, wir schauen mal. Ich muss auch mal reinkommen wieder. Ich habe gedacht, wir beginnen ganz gemütlich. Ja, man kann auf Stress alles probieren, was wir haben. Alles probieren, alles aufbauen, alles tun, alles machen. Das werden wir auch tun, aber ohne den Stress. Genau. So stelle ich mir das vor. Am Lagerfeuer sitzen. Und gemütlich. Was sind das? Bohnen? Ja, die kommen dann auch vor. Den Hut will ich haben. Ich glaube, der ist besser. Aber wir werden es sehen. So, da kratzt er sich schon. So. Ja, die Haarpracht ist jetzt etwas gering ausgefallen. Aber. So, es wird natürlich. Ritter und Part sein. Ja. So. Beruf? Nichts. Banker, Teller, Blacksmith. Farmer, Rancher, Cowboy. Interessant. Richter. Richter. Ja. Ja, wir machen das gleich. So. Haare. Haare, nichts. Na ja. So, kann man da irgendwie. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. So. Wir haben dann eh einen Hut auf. Aber. Nein. 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 Ja, vielleicht sowas. Na ist gut. So. Augen. Nichts. Einfach mal keine Augen. Ja, schwer, 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 kann ich nur sagen. Wow, gibt da ja schon viel. Nein, das ist zustechend. Aha. Irgendwas, weiß ich nicht, blaugrün. So. Ah, ist 44. Wahnsinn, wie viele. Was war mit 45? Ach, komm, wir nehmen das. So, Gesichtsbehaarung. Oh. Na, ich hätte schon, also wenn schon dann einen richtigen Bart. Ob aber dann das Zopferl da hinten dazu passt, ist so eine Sache. Aber vielleicht mit dem. So, Hautfarbe, männliche hat 0 Haarfarbe. Okay. So. It's the Old West, somit auch the Old Man. Aber das ist sehr hell. Das ist ja. Wow. Ja, wir nehmen den da. Ja, das ist okay. So, Farbe der Kleidung. Irgendwas. Ja, es passt zu seinen Augen. So, werden wir eh nicht lange haben. So, Spiel starten. Oh, los geht's. Ich freue mich. Ich war schon lange nicht da. Oh, haben mich die da lebendig hineingelegt. Los. Aha. Und, und jetzt? Düm, düm, düm. Super Hochebene. Will ich gleich behalten. Okay. So, na, dann schauen wir mal, was wir finden. Oh, ich freue mich. Oh, und Schuhe habe ich auch keine. So, wir holen uns mal ein paar Steine. Düm, düm, düm. So, und ein bisschen Holz. So, und da links unten ist ein Bier. Okay. So, was können wir denn machen? Ähm. So, schließen wir mal. Hier stehen. Ich will was herstehen. So, ich will das herstehen. Ja, das, äh. So, und dann will ich das herstehen. Was brauchen wir dafür? Zwei Holz, zwei Steine. Okay. So, eine einfache Axt. Super. Oh, ja. 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 So. Da fehlt der Baum. So, vielleicht kann ich jetzt schon die Spitzhacke bauen. Oh, das wäre schön. So, und da unten war ein See. Da will ich dann hin. Da, da, da. So, wir holen uns ein paar Steine. Wir holen uns ein wenig Holz. Oh, da ist schön. Ah, ein Pferd. Ich hätte das Pferd gern. Aber wir werden schon noch ein Pferd bekommen. Früh genug, Jungs. So. Da, da, da. Ach so, das ist nur zum Aufheben. So, auch gut. Da, da, da. Super. So, da haben wir da. Und da. So, und jetzt schauen wir, ob wir nicht bei der Herstellung jetzt auch mit einer Spitzhacke. Strukturen aus Holz zu bauen. Das ist gut. Steinspitze. Ja, was brauchen wir dafür noch? Seile. Seile kriegen wir durch Pflanzenfasern. Sehr gut. So, da unten ist ein See. Und ich möchte gerne entlang dieses Sees dann bauen. Okay, das kann ich noch nicht abreißen. Da, da, da. Da, 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 da. So, wir holen uns einfach ein paar Steine, ein bisschen Holz. Habe ich da was hinter mir gehört? Nein. Gott sei Dank. So, und entlang des Sees, da möchte ich gerne sein. Dort möchte ich bauen. So, super. Ah, ist da schön. Ist da schön. So, wir haben ein wenig Holz bekommen. So, äh, Third Items. Wir brauchen die Spitzhacke hier. Super. So, was können wir noch bauen? Hier, Pfähle. Super. Das hätte ich gern gebaut. Okay, ich brauche Pflanzenfasern. Wo kriege ich Pflanzenfasern? Ah, ich hätte gerne Pflanzenfasern. So, kann ich das auch schon abbauen? Ja, kann ich. So, da bekomme ich Steine, Zinn und Eisenerz. So, Kupfer. Na, was es alles gibt. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. So. Das kann ich nicht nehmen. Du, du, du. So. Dann nehmen wir das noch. Umhauen hier. Sehr gut. So, und ich glaube, dass da vorne ist aber nicht Pflanzenfasern, sondern das ist dieses Baumwollzeug, oder? Oh, nein. Nö, ist ein Baum. Ja, toll. Gut, dann gehen wir mal runter in die Senke. Oh, ich befürchte, dass da irgendwelche Wildtiere sind. Weil da wird es nicht nur mir gut gefallen. Oh, ist das schön. Und ich würde das gerne schon erledigen, aber ich brauche Waffen. So, das ist soweit ich weiß, Baumwolle. Und da ist auch eine super Ebene, dass wir hier schön, schön bauen können. Eine ganz tolle Ebene. Oh, dann laufen wir mal runter in die Ebene. Da, da, da. Da, da, da. Oh, 10 Minuten. Oh, was ist denn das da vorne? Das gibt es ja nicht. Das ist tatsächlich Hanf. So, wir wollen aber was herstellen. Und zwar, jetzt möchte ich wenigstens einen, was ist denn das? Eine Bohler. Steinschleider, okay. Ich möchte Seile. Alle. So, wir nehmen noch die. Hm, was können wir denn noch bauen? Ja, das können wir alle später noch bauen. Oh, eine Falle. Zum Bau von Strukturen, das werden wir auch nehmen. So, Sword Items. So, dann haben wir hier einen Speer. Kann ich auch eine Fackel? Oh, habe ich das lange nicht gespielt. So, Fackel. Pflanzenfasern. Es sind immer die Pflanzenfasern. So, egal. Ich hole mir das Eisen. So, wie viel Hunger, wie viel Durst? Ja, das geht einigermaßen. Da, da, da. Da, da, da. So, 33 Grad. Oh. Super. So, dann haben wir hier einen Hammer. Ich kann mich schon wieder erinnern. Oh, ja. So. Und es ist finster. Es ist so finster. Da, da waren irgendwo Tiere. Also, ja, aber gefährlich auch. Ich kann mich genau erinnern. So, aber die Ebene hier ist super. Die gefällt mir total gut fürs Bauen. Da wäre ein Baum. Da werden wir unser Lager aufschlagen. Das wäre jetzt super. So. Jetzt gehen wir da mal vor. Da ist so ein Wasserloch. Oh, wie schön. Da muss ich bei Tag mal wieder her. So. Ja, hilft nichts. Ich brauche Pflanzenfasern. Da, da, da. Da, da, da. So. Jetzt mal ein paar Pflanzenfasern. So. So, und jetzt wieder einen großen Bogen zurück Richtung See, weil dort wollen wir ja bauen. So, und wenn wir gerade da sind. Oh, Salz, oder? Ist das Salz? Ja. Oh, wie cool. Oh, ist das lang her. Sechs Monate ist es her. Sechs Monate ist es her, dass wir es gespielt haben. Und da hat sich echt einiges entwickelt seit damals. So. Und ich bin schon so gespannt. Ich bin schon so gespannt. Ja, schön langsam kommt man ja rein. Schön langsam kommt man hinein. So. So. Tada. 23 Uhr. So. Das ist Kohle, oder? Ja, das ist Kohle. Ah, ist das cool. So, ableveln muss ich dann auch noch. Ja, ja, ich habe ihn gesehen. Aber vielleicht kann ich ihm davonlaufen. Vielleicht hat er mich ja vergessen. Ja, vielleicht sollte ich auch Pfeil und Bogen machen. Hm. Wieso zuckert der da so rum? Oh, ich schaue nochmal. Also, wir können ihn ja sortieren, so herstellen. Ja, ich möchte gerne Pfeil und Bogen. Dafür brauche ich noch... Wie viele werden wir machen? Wir machen, wir machen 20. So. Also, Pfeil und Bogen. So, wenn man das hier her... Das kommt hierher und den Bauherr mag ich immer ganz ausnehmen. Da, da, da. Da, da, da. Wuh! So, getötete Bankräuber. Sehr gut. Oh, ein Säckchen. Pistolen-Munikation. Okay. Okay. Muni verbrauchen wir ganz schön viel hier, offenbar. Gut. Wo ist er? Weg ist er. Hm. Okay. Dann brauchen wir neue Pfeile. So, da möchte ich aber hier erstellen. Ich möchte gleich 20 machen. So. Super. So, dann Inventar. Ich habe irgendwo genau hier eine Fackel. Moment. Da, da, da. Da, da, da. Oh, wie schön. Da, am See. Will ich mein Häuschen haben. So, und da werde ich nachher auch so eine Fischfalle einmal aufbauen. So, aber... Jetzt vorher noch da die Kohle holen. Da, 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 da. Da, 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 da. Na? So, jetzt. so sehr gut dafür die kohle mit dem teich mit dem fluss mit dem pechlein so und ich habe einen bankräuber gekühlt mit fell und bogen ich alter indianer und irgendwann werden uns auch im pferd fangen dass dort habe ich hier pflanzenfasern ja ja super das sind noch mehr die holen uns alle ab und dann fangen wir an so schön schön den bäumen da und das ist das ist da echt schön so ich will da bauen so da in der nähe des sees möchte ich gerne eine kleine seehütte so ein ding ist das ist das schön so fünf früh die sonne geht gleich auf wenn die sonne aufgegangen ist dann werden wir wohl besser sehen wo wir da ist die ebene die will ich nutzen beziehungsweise da die tiefe ebene das flachland so wir sortieren mal da kann ich das ach so ja wie viel hunger habe ich 94 so super ich habe es vermisst ich habe es vermisst so genug jetzt mit nostalgischen so und zwar ich möchte gerne ein holzfundament holzfundamente holzfundamente so und zwar so da unten möchte ich gerne dann ein dorf so ich suche mal da die höchste spitze so da wieder mal drauf gesprungen so dann hier genau so ich denke mal 444 ist gut emotionen sozial eins noch länger ist das gut hier ich mache nicht das über 1 geht sogar noch dann machen wir eins noch ich möchte nicht dass in der luft hängt nämlich können wir das sogar auch noch machen super wo ist wie eine mauer schön und die sonne geht auf so und irgendwann ich glaube da hinten da wo es flackert ich glaube da sitzen banditen so meine lieben das war es für die erste folge ja weit sind wir zwar noch nicht gekommen aber dauert nicht lang so ich danke schön fürs dabei sein und bis zum nächsten mal tschüss